Hallöchen und Willkommen zurück bei The Forest. Wir haben Besuch, ich habe ihn gehört. Ich sehe den Besuch, ich treffe den nur nicht. Nja, ich muss was essen. Oh ja, ich auch. Oh, und wir müssen was saufen. Aber wobei... Ah, wir haben doch was gelernt, ne? Wir können ja... Nee, nee, haben wir gelernt. Was? Ja. Was haben wir? Schnee ist wie Wasser. Genau, 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 genau. Äh, wie Regen. Ich habe einen schon mal gemacht. Ja, dann komm doch her! Meine Güte, immer das gleiche mit den Kines. Oh, wirklich? Immer am rumschreien hier. Immer nur Motze, 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 esse dies, das, jenes, Ananas. Und dann kommen sie nicht mal. Später, ich muss noch eine Runde zocke. Mama, ich will noch mal hier das Level durchspielen. Ja, ja. Ach, verdammt, das waren Baumstämme. Warte, hast du gemacht? Ach so, ja gut, Baumstämme kann man immer brauchen. Äh. Äh. Noch Stöckchen eigentlich. Wo ist denn eigentlich unser Besuch? Du übrigst nicht. Nico brummt schon vor Freude. Ja. So, ich gehe mal wieder hoch. Ähm. Können wir hier einen Schrank brauchen? Ne, glaubt nicht. Wieder hoch. Dankeschön. Äh. Wieder hoch. Hast du doch eben auch schon mal geschafft. Eh. Möchtest du eine Treppe bauen? Warte. Ah. Brauchst du auch einen Aussichtspunkt, ich sehe es kommen. Wir können eine Treppe aufs Dach bauen, das geht fast schon, gell? Ja, das geht, das geht. Ich glaube, das könnten wir echt mal machen. Oh, dieser offene Pavillon wäre auch mal geil. Oh, den müssen wir auch noch bauen. Den haben wir noch nicht gebaut, gell? Ne, wir haben so vieles noch nicht gebaut. Baumhaus. Nico, es kommt kein Zahn. Ja. Ich habe einen Hasen gefangen, so. Das ist Langeweile. So. Hm. Ach, da hin. Ups. Das ist das Falsche. Das da. Besuch, Nico. Nico. Oh, der Besuch ist schon umgefallen. Vor der Tür. Der macht gleich kehrt, ey. Ja, der Besuch ist halt schon zusammengebrochen. Die wollten halt nicht mehr so viel von uns, habe ich das Gefühl. Die haben nicht nach uns gebrochen. Der hat sich so gefreut. Das hat er gar nicht unter Kontrolle. Ne, ne, gar nicht. Merkt man auch. Ah, jetzt haben wir schon wieder nicht geschlafen. Ja. Du weißt doch, wie das ist. Was hast du denn da fertig gebaut? Ich mach mal richtig schön warm. Oh, hier oben kann man sich auch einen schönen, krass. Alter, der Typ. Oh. Ich glaub, unsere Freunde draußen sind auseinandergefallen. Oh. Ich guck mal nach. Der ist weg. Der wollte wohl nicht mehr. Hat sich anders überlegt. Uns fehlen nur noch acht Knochen. Ja. Und dann haben wir, dann war das echt ein Knochenjob. Wollen wir jetzt eine Treppe da hochbauen? Ja, oder? Komm. Genau, eine Treppe da? Okay, du bist einfach so raufgekommen. Ja, ja, du musst hier nur auf eine der Kanten springen. Ach so. Das ist easy. Okay, wir brauchen keine Treppe. Okay, deal. Dann. Ah. Hallo. Warte. Ich hab ein Willkommensgeschenk. Oh. What? Nein, bleib da. Du Dreck-Sau, komm her. Entschuldige. Oha, oha, oha. Okay, den krieg man aber. Oh, der steht da noch. Warte. Ja. Tief durchatmen. Okay, ciao. Er ist zu weit weg. Willst einmal Besuch haben? Mane. Vielleicht machen wir irgendwas anderes aus Baumstämmen und Holzen hier nochmal die Gegend ab. Oder wir machen so ein Locker, so ein Baumstammlager. Du brauchst mal Hülz. Oh, da kommen sie. Hinter dir. Hallo, Besucher. Ähm. Oh. Gut. Der hatte dann keine Lust mehr. Hallo. Warum treten der ab? Oh, den hab ich von hier aus getroffen. Ich wollte den. Also den hier. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ja, motz doch noch mehr. Das ist doch nur dein Kumpel. Alter, einmal diese Kinder. Ich sag's dir, Nico. Achso, ich hab ja nicht nur noch ein Fleisch. Nom, 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 nom. Guck mal. Hä, wie? Den hab ich nicht getroffen. Hab ihn. Einmal jedenfalls. Oh, der ist tot. Ach. Er ist tot. Er ist tot. Tja. Also der Zaun ist fertig. Oh, ich hab Durst. Oh, irgendwie. Ist ich Durst halt. Oh, ist da was schon drin, andersher? Nee, nicht wirklich. Nee, ne? Egal, ich hab Soda. Okay, sehr gut. Du hast mal so da. Okay. Oh, hab mich... Ach, du hast dich verbrannt. Ich hab mir eben gedacht, was ist denn jetzt passiert? Es ist doch schon kalt, Nico. So kalt auch wieder nicht. Oh, den brauch ich. Das Häschen. Was machst du da drinnen? Ich baue was Schönes. Oh, der letzte... Wir kriegen bestimmt noch mehr Knochen, gell? Ja, ich hab noch ein paar. Ja, das dachte ich nicht. Was würdest du machen? Einen Stuhl aus Knochen. Das, äh... Dieser Kronleuchter hier drinnen. Im Cockpit? Ja. Sau gut. Ich geh mal kurz nach nem Reh gucken, wenn's dich nicht stört. Nö. Dann, äh, komm ich gleich wieder. Ich guck mich mal um. Ich brauch nur noch ein Reh. Hoppala. Hoppala. Cool. Ich hätt gern diesen Pavillon. Wo können wir den hinbauen? Äh, am See passt der am besten, oder? Oh ja, am Pavillon, am See. Das ist schön. Da schwärmt der Nico vor. Oh, ja. Das machen wir aber. Das wird cool. Das heißt, am See müssen wir dann auch noch viel holzen, ne? Ja, aber da sollte ja schon wieder was da sein, oder? Ja, ich hoffe auch. Also so viel, wie wir da, ähm, jetzt nachwachsen lassen haben. Oh, Pilze. Ich nehm die mal mit. Hm. Ich bin noch mal überlegen, ob wir diesen Zaun... Aber man kann den Zaun nicht zumachen und irgendeine Tür rein, gell? Das geht nicht. Leider nicht. Leider nicht. Da ist ja schon gerne eine Tür drin. Ja. Wand mit Tür, aber eine Wand ist ja auch doof. Ja, nee. Vorne eine Wand, nee, die kommen ja über die Seiten eh rein. Die Hanebomble. Kann ich hier ein paar Fische finden? Btw? Nein. Uh, ich hab Beeren gefunden. Lecker, lecker Beeren. Aua. Oh Gott. Was ist los? Oh Gott, mich hat ein Krokodil angegriffen. Oh. Der hat mir über die Hälfte abgezogen. Oha. Alter, was ist das für ein Vieh? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Lass mal ne Pille nehmen hier. Oh, kommt er. Oh, hast du Besuch? Mhm. Dummes Ding, Alter. Hier. Stirb mal bitte dran, danke. Dummes. Oh oh. Trombi. Ich seh Trombi vor mir. Mit Galoppel, Heinz und Muschiklaus. Die sind jetzt echt im Trio unterwegs. Echt jetzt? Ja. Aber die sind bei mir unten. Dein Koppel hat mir gesagt, dass ihm kalt ist. Oh. Hab ihn mal. Ah, schon wieder so ein Krokodil. Alter. Die sind scheiße zum Sehen, gell? Ja. Die sehst du nicht, die Dinger. Wir haben hier keinen Knochenkorb. Nee. Könnte es sein, dass wir das eventuell noch machen. Ich würd's mal machen gehen. Also es kann gut sein, dass wir Besuch bekommen gleich von Trombi und Jonas. Ja, ja, die sollen die Sommer kommen, nicht? Nicht. Die sollen mal vorbeikommen. Freu ich mich doch schon drauf. Da gibt's lecker Esse. Ich guck mich grad die ganze Zeit um, ob ich hier irgendwo ein Reh finde, aber... Ist gar nicht mal so einfach. Da kann ich jetzt mal in Ruhe Stöckchen holen gehen. Ich hab ein paar Stöckchen. Ich komm gleich rüber mit Stöckele. Nur mit nem beklopften Reh komm ich nicht. Ich hab ein Krokodil gefangen, das war das Einzige. Das heißt, du kommst gleich mit sehr viel Actionhaut an. Ja, so ungefähr. Du kommst ja aufhängig. Kommen die schon? Nee. Vier Echsenhaut hab ich dabei. Mein Gott. Und viermal Essen. Hm. Ich hab 20 Stöcke. Aber nicht ein einziges Reh gefunden. Wahrscheinlich finde ich sogar eher ein Dings. Äh. Ein Wildschwein jetzt. Hm. Hier ist ein See. Hier ist kein Reh. Ein See und kein Reh. Oh, ich hab Besuch. Oh, Mann ey. Kleines Bäumchen. Das darf ich jetzt machen. Ah, ich hab ein Bambi. Bleib hier. Ein Treffer. Und ich bekam Besuch von meinen Freunden. Von meinen guten Freunden. Ich glaub, ich glaub, ich muss den einen Uso ausgeben. Mhm. Glaub ich auch. Ey, Kumpel. Okay. Meine guten Freunde sind weg. Oh, endlich kann ich mir die Sperrtasche machen. Heidewitzker. Ähm. Ne. Keine Echsenhaut. Sondern zweimal das. Zweimal das. Zweimal des. Und zweimal des. Oh, jetzt fehlt mir genau ein Stock. Hau doch ab. Du, ich komm gleich. Ich komm gleich rüber. Okay. Jetzt hab ich tatsächlich alles gecraftet. Hier liegen Kanister. Wo? Hier bei mir. Oh, ich komm sofort zu dir. Ach stimmt. Da oben gibt's auch noch welche. Ja, Mann. So. Ihr komm. Ihr komm dir rüber. Huch. Kann ich das nicht umziehen? Danke. Ja. Huch. Ich hab eine Mutantenhaut verloren. Ach, egal. Niko. Niko. Ich komm rüber. Yo. Ich hab endlich meine Sperrtasche. Oh. Okay. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Lager. Danke. Jawohl. Jawohl. Bei mir waren nur zwei. Okay. Bei mir ist da kein einziger. Okay. Dann ist wohl ein bisschen freaky. hier. Oh ne. Da hinten ist keiner. So. Fleischaufhänger. Na? Danke. So. 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 Jetzt kann ich. Achso. hast du jetzt gerade fertig gebaut. Ne. Noch nicht. Eben. Eben. Ah. Ah. In den Schildkröten ist was zum Trinken. Endlich. Oh. Endlich. Ja. Ah. Sehr gut. Feuer ist o. So. So. Also. Wir können jetzt mehr Spiere tragen. Wie viele denn genau? Vier. Fünf. Sechser. Okay. Sechs Stück. Cool. Das ist viel. Das finde ich nice. Dann können wir die mal endlich werfen. Oh. So. Ich habe was Kleines auf dem Grill. Führ auf den Grill. So. Ich habe was Kleines auf dem Grill. Ich habe was Kleines auf dem Grill. Hallo. Nein. Nein. ich krieg das hier nicht mehr dran was denn doch war da wir haben besuch übrigens oh schatzi hallo du bist glaube ich zu umwerfend ich wollte gerade unseren recorder ja aufstellen aber es geht nicht mit musik doch jetzt ging es von hier hinten geht es na eben ging es doch doch och mensch bug freis game jetzt so jetzt haben wir ein bisschen schwarz oh ich habe hier noch ein fehlkultes fleischstück ich bin feuer und flamme dafür ich bin feuer und flamme was jo ähm wir brauchen einen zaun ne ne zaun ist fertig äh stuhl ein bisschen stuhl noch und dann haben wir es yeah ja dürfte genau noch ein stuhl sein der hier noch vorbeilaufen muss ja diese stühle sind immer so langsam ne ja und jetzt trauen sie sich schnett ne ja boah da hängt ja richtig der pilot hier raus ja ja die musik ist cool so guck mal wie viele feile habe ich denn noch oh ich hab nur 26 feile ich mach mal ein paar ja guck mal das tut uns gut hier laufen sie doch sonst immer rum ja hallo kommen sie doch mal vorbei hey hey ja 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 na hm hm hier nicht glaube ich nicht ok aber sonst hätte ich vielleicht irgendwas geworfen oder so aber oh wir ich könnte ja mal wieder die Armbrust benutzen hab ich auch noch nicht benutzt ja mhm ist eigentlich ganz nice das problem ist ich weiß nicht wie viele Armbrustbolzen wir haben hm nicht sehr viele hm hm es steht nicht dran halt auch gell eben aber ich müsste so 1 2 3 4 5 6 7 8 ja 8 bis 10 irgendwie sowas ne wir müssen mal gucken ich bin gespannt was ist roh was ist roh oh ja 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 ich hab ja den Kroko erlegt da der Hase war ok ich hab auch nur was auf Tasche ja ich hab auch schon was gehabt deswegen ok hab ich gleich drauf hast gleich drauf ist das ist das absicht mit dem Koffer dass der hier so liegt ich glaub ja ich glaub da kriegt man was für so ich mach mal ein anderes Lied rein was haben wir denn noch so hier mal schauen wie gut das ist ja ja besuch wo hier war eben besuch oder hab ich ein gespenst gesehen ja ich glaub auch wieso springst du nicht wenn ich dir sag spring was ist das du brauchst da hier ich schwöre ey sei doch nicht so gemein zu dir junge Gälle sei doch nicht so gemein zu dir junge Gälle hui haaallo ja also wollen wir jetzt hier nur rumstehen oder wollen wir nur was anderes machen ich überleg grad nämlich ja wir müssen zu der alten Basis Das ist noch. Dann müssen wir noch fertig bauen. Genau. Und hier müssen wir auch noch fertig bauen. Hier fehlt uns halt ein so ein Hajo. Ja. Egal. Moment mal. Dann kommen wir halt wann anders nochmal. Ach du. Wir warten mal kurz ab. Ich hab da was Schönes. Ich brauch drei. Balken. Entschuldigung. Ich brauch drei Balke. Oh genau. Noch eine. Machen wir doch ein paar Fallen jetzt. Da kommen so viele Freunde vorbei. Einmal drunter laufen und dann macht's Klatsch. Ist das schon aktiviert? Ja. Ist schon aktiviert. Oh ok. Eben. Ich mach nochmal auf die andere Seite nochmal das gleiche. Guck mal. Ja. Nicht so ganz. So. Oh ich brauch noch zwei Stöckele. Ja das ist deren Eingangstor. Wenn die da durchgehen macht's Klatsch. Und dann sind die weg. Oh es wird langsam dunkel. Kann sein dass die jetzt eher kommen. Das war noch ein Dingeling. Aber noch ein Dingeling. Ein ähm. Grossholz. Mal schauen wer als erstes getroffen wird. Welcher Hajo. Hallo. Ich glaub da hat mein Walkie Talkie was gesagt. Dein Walkie Talkie. Hey Walkie Talkie man. Mann. Ich glaub das man hier nicht hochkommt. Ein Fogel. Okay es wird dunkel. Okay es wird dunkel. Ja. Ja das war ich. Ach so. Ja moin. Ach weißt du was. Wenn du das kannst kann ich das ach. Mal schauen ob da so ein Hajo vorbeikommt. Ich halte meine Armbrust bereit. Meine Armbrust bereit. Mein Armbrust bereit. Wenn der kommt dann krieg ich da ohne auf die Sack. Boah geil. Schau mal. Was hast du da? Warte mal. Weißt du was. Alter wie weit diese Flamme geht. Wir sollten das mal öfter probieren. Die kommen gar nicht so nah an uns ran. Das sollten wir echt mal machen. Vielleicht brutzeln wir die schon vorher durch. Die fallen direkt so ein Knochenhaufen zusammen. Guck mal wir haben ganz viele Zäune. So ich bin mal rüber gekommen. Ich probiere das jetzt echt mal aus. Mal schauen was das wird. Hallo. Hallo. Wo sind sie denn? Nein. Ey. Ey. Weißt du was? Kann man die nicht irgendwie anlocken? Das versuche ich jetzt gerade mal. Ja. 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 Viel Spaß. Und. Oh. Juhu. Baumfeld. Den habe ich jetzt mal geschlagen. Auf. Oh mein Gott. Geh. Ja. Brauch ich da runter. Ja gell. Ich stehe genau auf der anderen Seite. Vielleicht lockt das die jetzt an. Wenn nicht werfe ich gleich Dynamit. Dynamit. Oh, da ist ein Bambi Ich bin ja noch immer Bambi viel Brauchst du noch Bambi? Oha, ich bin fast tot Was? Ich bin eben runtergesprungen Also ich hole mir gerade ein Bambi hier Weil dann haben wir noch ein bisschen Essen Und so on Alter, ich bin hier eben von den Klippen runtergestürzt Also ich bin runtergesprungen Ich wusste nicht, dass es so tief ist Alter, ich habe fast das ganze Leben verloren Uff Äh Wie stellt man die Medizin her aus? Äh, Aloe und noch was Ringelblume Oh, hoppala, nicht essen Gel Nicht esse Hast du Hunger? Nee, nicht wirklich Na Mist Dann mache ich mir mal was Weil ich habe jetzt natürlich genug Reh Aber wir haben nicht genug zum Aufhängen Sonnenhut Ringelblume Besuch, Besuch, Besuch Hallo, Püppchen Entschuldigung Äh, entschuldigen Sie Äh, entschuldigung Könnten Sie mal bitte anhalte? Polizei Oha, so weit weg Oh Mann, oh Also es sind fünf Stück, glaube ich Oh Mann, oh Die sind viel zu flott gewesen Ja, wenn die losrennen, gell, dann Ja Dann viel zu schnell Unproportional Unproportional Sagst du So, hier ist noch mein Futter Das knallt schmiernei Ich bin wieder gesund So weit Das ist gut Oh, ich habe jetzt auch so sehen Zwei Stück Fleisch drauf getan Ich Dummkopf Macht nix Da esse ich auch was Oh, jetzt habe ich auch so sehen Noch ein Lurch drauf getan Ich Dummkopf Alter Okay, heute Nacht werden wir satt Ja, ich bin schon komplett satt Mir geht gar nichts mehr rein Ja Oh, da Besuch Besuch Die fallen durch die Lauf Fallen Warte mal, die laufen durch die Fallen, glaube ich Yo Ja, natürlich Geil Hi Och, Mist Seinen Kumpel wollte ich gerade treffen So Vorsicht Besuch Ich lauf mal vor denen fort So, ich esse noch mal was Willst du noch was essen? Äh, nö Okay, dann esse ich den Rest Ich muss gar nicht, wohin damit Zwischen die Nippe Falle steht wieder Yeah Ich habe noch drei Hasen auf der Hand Oh, den hast du auch erwischt Ja Ja, moin Mittlerweile habe ich es raus mit dem Bogen Ne, das ist eigentlich voll easy Jetzt weiß ich, wo ich ungefähr hinziehen muss, damit es in den Kopf geht Yo Das war am Anfang mit dem anderen Bogen ja ein bisschen anders Genau, genau Da hast du ja dieses Visier gehabt Ja, sehr genau Quasi Ich nehme mal zwei Stück Fleisch mit Wir machen uns bestimmt gleich auf den Weg Oh ja Wir sollten echt mal Bubu machen Ja Diese Nacht machen wir Bubu Diese Nacht machen wir Bubu Wenn der Zaun steht Der Zaun steht? Äh, der Dings Der Stuhl Fertig Yeah Hab mich mal hier gesetzt Der Rest kommt in die Kieschnai Falls wir mal wieder Zaun brauchen Ah, jetzt Sehr gut Wobei, wir können das eigentlich mitnehmen, oder? Hm, stimmt Jo Dann Okay, dann gehen wir schlafen Und machen die Folge zu Ende Also, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss